Sie waren Regisseure, Autoren, Produzenten und Schauspieler. Aber in erster Linie waren sie Künstler. Jan Issel und Mortimer Pfaff starben im Alter von 85 und 88 Jahren in ihrer gemeinsamen Wohnung in Wuppertal. Dieser Film soll ihr filmisches Werk verdeutlichen, ihr Kampf für die Reintegration der Kultur in die Gesellschaft, ihre eigenen Differenzen und vor allem ihre Freundschaft. Jan Issel und Mortimer Pfaff lernten sich 2008 in Wuppertal kennen. Sie wussten nicht, dass sie ab jetzt einen gemeinsamen Weg beschreiten würden. Ihre ersten Filmversuche waren gewagt und grenzwertig, aber ihr Stil unverkennbar. Man muss es noch ins Lächerliche ziehen. Dann werden die Menschen aufmerksam. Dann werden die Menschen aufmerksam. Weißt du, diese ganzen Gabaner und Deutsche Gürtel, die da draußen rumlaufen, mit diesen Balkosttaschen und allem Möglichen. Genau die. Die sehen das nicht ein. Man kann denen sagen, was man will. Verstehen Sie? Das ist eine Erschaffung einer besseren Menschheit, die logischerweise hier in Deutschland anfängt. Da ich mich nicht so gut mit anderen Kulturen auskenne. Lifestyle. Das ist ein Job. Und das ist, was Morty Puyo hier gemacht hat. Also gearbeitet, gut gearbeitet. Immer in gewisser Tatsch an Stil auch reingebracht. Jan auch. Natürlich auch gut auf Stil. Das ist hier reingebracht. Man hat auch gerne Gäste gehabt, die auch Stil sehen. Die auch die Szene. Als der langjährige Freund von Jan Isl und Morty Puyo, Tom Cruise, vom Tod der beiden erfuhr, löste er in der Fernsehshow Oprah einen Skandal aus. Was that the best fun? Was that? Yes! Yes! What has happened to you? That's how I feel about it. Really? Wir haben doch gerade mal... Wir haben schon 8 Uhr morgens, Junge. Ja, der Laden machst du erst um 10 Uhr auf. Well... Ähm... Ja. Mmh... I don't think so, no. I felt that... All ihre Kunstwerke waren bestimmt, äh... Sehr... Und, ähm... Im Großen und Ganzen bin ich, äh... auch der Meinung, dass sie in den Jahr... von den Jahren 2011 bis 2090 wirklich Großes geleistet haben für den deutschen Film, aber auch insgesamt für den Film weltweit. Sie haben, äh... Ich meine, sie haben eine neue Ära eingeläutet. Die Hollywood-Ära neigte sich ihrem Ende. Und an diesem... In diesem Zeitpunkt kommen zwei, ähm... so junge Männer und verändern das Filmgeschäft maßgeblich mit ihrer Kunst, mit ihrer Sicht der Kunst. Ihre Perspektive. Klar, kann man ihnen vorwerfen, dass sie, ähm... Ja, wie soll man sagen, den... den sozialen Hintergrund und die Aussage nicht mehr in den Vordergrund gestellt haben. Was mir persönlich, äh... sehr gut gefallen hat. Sehr, sehr gut. Aber auch im Großen und Ganzen schätze ich mal, dass ihre Kunst einfach... dieses Spaßige, dieses Intellektuelle... aber auch ein wenig... die Ernsthaftigkeit dahinter. Ähm... Wie soll ich sagen... ihre Kunst ausgemacht hat. Und genau aus diesem Grund glaube ich, dass diese beiden wirklich die größten Künstler waren. Nach ihren ersten Erfolgen mit »Soll ich jetzt weinen?« und »The Replay Experience« und ihrem unglaublichen Improvisationstalent fingen Can Issel und Motörn Pfaff mit einem Projekt an, das sie schon lange vor Augen hatten. Eine Sitcom. Mehr, Alter! Du hast kaum noch Shampoo! Ach! Und ich hab deinen Nagelklimsack kaputt gemacht. Ich werd noch verrückt. Sieht furchtbar aus. Komm rein! Danke. Und los. Nein, Lisa. Guck mal, Fauen, ne? Die haben nicht wirklich tausend Augen. Das sind die Muster auf den Federn. Ach so. Oder? Ja. Vielleicht hab ich ja keine Lust mehr, so perfekt zu sein. Ich fang jetzt endlich an zu leben. Und so wie Matt! Nach dem großen Erfolg von Genius Society zerstritten sich die beiden Freunde aus unerfindlichen Gründen. Mortimer Pfaff begann mit der Arbeit an seinem eigenen Filmprojekt. Während Can Issel zusammen mit seiner Frau Scarlett Johansson in L.A. an einem anderen Filmprojekt arbeitete. Also, John war ein unglaublich toller Lieferver, aber ab einem gewissen Punkt. Und damals war dann der Streit mit Mortimer Pfaff, wo es ihm auch nicht besonders gut ging. Und er nahm dann immer jeden Tag diese Briefe von Mortimer. Mit Briefe meinen Sie dann die Rechnung, die Mortimer Pfaff bekommen hat, oder? Ja, genau. Und die ich letztendlich dann auch bezahlen musste. Und was letzten Endes... Scarlett, meinen Sie etwa damit? Sie haben zwei völlig fremden deutschen Einwohnern geholfen, die Rechnung zu bezahlen, die sich in Deutschland, in einem völlig fernen Land, ja, verbrockt haben praktisch. Meinen Sie das wirklich? Ja, es war so. Ich habe mich damals zu Herrn Can verliebt und... Es waren zwei so unglaublich talentierte junge Männer, dass ich nicht anders konnte, als beiden irgendwie zu helfen. Und somit dachte ich auch, dass Can wieder auf die gerade Bahn konnte, was letztendlich, wie soll man sagen... Sie würden, glaube ich, in Deutschland sagen, scheiße war. Drei Jahre vergingen, ohne dass Can Issel oder Mortimer Pfaff in Kontakt traten oder in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Hier zeigen wir jetzt seltene Aufnahmen von Mortimer Pfaff, drei Jahre nach dem letzten Kontakt mit Can Issel. Also, Herr Pfaff... Wir sind ja sehr froh, dass Sie mit Ihnen dieses Interview kriegen konnten. Sie hatten ja relativ wenig Zeit. Vor etwa drei Tagen ist Ihr neuer Film Iron Walker ins Kino gekommen. Nach ungefähr drei Jahren Arbeitszeit daran, wie zufrieden sind Sie? Gar nicht zufrieden. Gar nicht zufrieden. Es ist ja auch Ihr erster offizieller Film, den Sie alleine machen, ohne mit dem Herr Issel zusammen, also ohne das Magnetbox-Team, was bis jetzt die Zuschauer kennen und lieben. Wie genau, Sie haben Iron Walker, wie gesagt, zum ersten Mal, war es Ihr erste Film, Sie sind alleine gemacht haben. Und Sie sind überhaupt nicht zufrieden. Bis jetzt waren die Kritiker ja auch, sind sehr hart mit Ihnen ins Gericht gegangen. Und heute gesagt, es war der schlechteste Film seit Transformers 3. Ja. Was genau können Sie uns denn dazu sagen? Was waren Ihre Absichten eigentlich mit diesem Film? Und wie hat Ihnen die Arbeit alleine gefallen? Genau. Hat mir gar nicht gefallen. Lief auf jeden Fall nicht. Lief nicht gut. Ähm, jetzt gerade sind Sie ja in Ihrer, äh, ja, Psychologen würden sagen, die Slim Fast Phase. Allzeit bekannt bei Ihren künstlerischen Leuten. Ähm, wie kommt's, wie kommen Sie damit klar und äh, was bringt Ihnen das genau? Bring mich runter und es ist sehr gesund. Mhm. Aber Sie sehen nicht sehr gesund aus in letzter Zeit. Warum nicht? So auch, äh, wie, ähm, Eva Green schon gesagt hat, äh, dass, äh, nachdem Sie sie vor ein paar Tagen, ja, sie hat sie doch vor ein paar Tagen verlassen, ähm, Sie war ja nicht sonderlich begeistert, äh, wie Sie sich verhalten haben. Sie sieht ja selber nicht besser aus. Hm? So mal die Klappe halten. Well, Mortimer was always, he was a fight. Mortimer Pfaff war wahrscheinlich, ähm, also ich glaube, er war einer der großartigsten Männer, die ich kennengelernt habe. und, ähm, ähm, und, ähm, ähm, hatte ich das Gefühl, er wird wahnsinnig. Er war eine, ähm, er war ein, ähm, sehr gut angezogener Mann. Immer perfekt, äh, so. Aber im Endeffekt hat er mich schwer enttäuscht. Es war, ähm, ähm, nach meinem Date mit Tom Cruise, und, äh, das war zum Zeitpunkt, wo er dann wirklich langsam den Verstand verloren hat. Also, Ava Green, ähm, mit dieser Person haben Sie schon abgeschlossen? Nee. Haben Sie nicht? Nee. Und was glauben Sie genau, äh, wird sie irgendwann wieder zusammenbringen, oder wie sehen Sie das? Gar nichts. Also, ich mein, ich weiß, ihr Schauspieler mögt und ihr Regisseure mögt solche Fragen nicht, aber, ähm, ein bisschen Publicity, äh, will ja wohl jeder haben, äh, reden Sie doch mal mit Eva Green und warum hat es am Ende nicht funktioniert? Eva war, äh, mit meinem Arbeitsstil nicht zufrieden. Nicht zufrieden? Nein. Also... Woher könnte das rühren? Ich weiß es nicht. Ich hatte nur meine Arbeit gemacht. Und drei Jahre sind immerhin lange Zeit. Aus welchem Grund haben Sie sich denn mit dem Herr Rüssel zerstritten? Ja, das lag, ähm, an dem, äh, an so'n Verhältnis. Also, bei, bei Magnetbox ging das nur alles, aber, ähm, als ich dann meinte, ich möchte Iron Worker alleine machen, weil das meine Idee ist, dann ist er ausgerastet, ne? Was letzten Endes ja auch nicht so ganz gut funktioniert hat für Sie. Ja, anfangs ging das. Aber, im Endeffekt, äh, ja, es ist halt, ähm, ne Erfahrung, die man so macht. Um nächster Zeit, ähm, haben Sie denn schon wieder Kontakt mit dem Herr Rüssel aufgenommen? Nee, aber ich plane das. Weil ich möchte das erst mal mit Eva klären. Ja, ja. Und, ähm, äh, ja. Seitdem Sie nun, ähm, mit, äh, Genius Society haben Sie den Durchbruch geschafft, und, äh, jetzt haben Sie mit Iron Worker natürlich nochmal eine, auf jeden Fall für Augenvermerksamkeit gesorgt, weil es ja, äh, der teuerste Film seit, äh, ähm, ja, umgerechnet, äh, Fluch der Karibik, war zu seiner Zeit, äh, damit am meisten Geld gefressen. Das war. Äh, und, ähm, jetzt ist es, dass ihr der teuerste Film seit, äh, den, also seit gut, äh, seit gut, äh, zehn Jahren. Ja. Ähm, und für deutsche Verhältnisse der teuerste Film eurer Zeit. Ja, und? War das denn eigentlich Ihr Ziel? Nee. Was haben Sie denn vor, als nächstes Projekt zu starten? Ähm, ähm, ja, ich hoffe wieder was mit John Issel zu machen. Und bei Magnetbox wieder einzusteigen. Magnetbox wieder einzusteigen. Ähm, John Issel hat ja auch momentan, ähm, ähm, leidet unter Fresssucht, wie Sie sicher gehört haben. Und, äh, starken, äh, äh, ist starker Raucher geworden. Ähm, ähm, mir das auch nicht sehr gut. Was, äh, können Sie denn dazu sagen? Also, ich wünsche Ihnen natürlich alles Beste, aber, ähm, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, dann, dann tanzst du an meiner Pfeife. Ja, Leute, mir geht es ziemlich gut. Ich fühle mich eigentlich besser als vor, vor drei Jahren. Und, ähm, ähm, macht weiter, äh, guckt weiter meine Filme. Unterstützt mich. Ihr seid die Besten. Dann, vielen Dank, Herr Pfaff. Hat mich gefreut, dieses Interview mit Ihnen führen zu dürfen. Ja, und dann, äh, wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Äh, was trinken Sie da? Slimfast. 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 What kind of shake is this? What kind of shake is this? What? Slimfast. Slimfast. Vanilla. Vanilla. Oh, oh, great. Good, good, good. Sounds great. So, ähm, dann, äh, keep on, ne, äh, keep on doing, äh, machen Sie weiter so, und, äh, kommen Sie schnell wieder, äh, zurück nach Ihrem letzten Film. Nämlich nicht zu einer langen Auszeit. Ja. Okay. Wo wünschen Sie sich denn in zehn Jahren zu sein? Ja. Hier. Genau hier, in Ihrem Büro. Hier, wo alles... wo alles stattfindet hier. Hier passiert alles. Hier kommen meine Ideen aus dem Kopf hinein. Das ist interessant. Zeitgleich mit Mortimer Pfaffs Abstieg, erlebte auch John Issel seine schwerste Zeit. Hier zeigen wir Aufnahmen bei ihm zu Hause, während seiner schweren Fresssuchtphase. Ähm, Herr Issel. Ähm, es sind jetzt drei Jahre vergangen, seit Ihrer letzten Zusammenarbeit mit, ähm, ähm, Mortimer Pfaff, der jetzt gerade sein eigenes, ähm, Filmprojekt beendet hat. Äh, wie, wie ist Ihr Zustand zurzeit? Also wie, Mortimer, wie ist Ihr Verhältnis? Ähm, und zusammen, geht's ja ganz gut. Mhm. Hab... ... ... ... ... ... ... ... ... Nehmen wir eine kreative Pause für meinen Namen, weil auch eines glaube ich mal ganz gut ist, mein letztes Projekt 3 Nights, 3 Nächte, das war ja auch ein ganz großer Erfolg, wenn wir halt so ein Publikumsliebling haben. Da hab ich mal was für die Masse gemacht. Wie kommen Sie ohne Mortimer Pfaff zurecht jetzt? Es wurde ja immer angenommen, dass Filme eigentlich nur mit Ihnen beiden möglich sind. Am Ende sage ich ja auch, ich bin der Meinung, dass wir zusammen natürlich super Sachen gemacht haben. Also das ist keine Frage. Ich glaube auch, dass wir noch echt große Sachen machen können. Also wie es momentan ist, da sehe ich das ganz ehrlich auch nicht ein. Also ich meine, der Mortimer, der Pfaff oder Mr. X, wie wir ihn jetzt auch nennen wollen, hat ja auch ein paar Fehler gemacht einfach. Und ich meine, ich habe natürlich auch falsch reagiert, aber am Ende, wissen Sie, ich glaube, ich finde irgendwie meinen Weg. Also wie geht das doch, oder? Ihre letzte Beziehung mit Scarlett Johansson ist jetzt vor kurzem auch in die Brüche gegangen. Woran machen Sie das fest? Sie hat aus einem Grund behauptet, dass ich mir die Haare vom Kopf frissen würde. Aber immer gerade auch finanziell. Das ist nicht gerade unbedingt die beste Phase. Ich meine, ich liebe es immer noch, aber wissen Sie, ich glaube, im Endeffekt, da haben wir beide Fehler gemacht. Ich meine, Menschen leben sich auseinander. Ich meine, wir waren jetzt ein gutes Jahr zusammen. Und ich glaube einfach, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der eine in die Richtung geht, der andere in die. Wie? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe einen Raucher, der unter Festsucht leidet, klingt auch schon vollkommen absurd. Also ich meine, ich habe natürlich auch von dem Gericht gehört, dass ich viel essen würde. Ich meine, nur weil ich jetzt mal in der Öffentlichkeit esse und man sich früher immer gedacht habe, der Schmalhans, der esst ja bestimmt gar nichts. Ich meine, ich esse überhaupt nicht mehr als, keine Ahnung, als der Indivitua sonst wäre. Ich meine, ich esse ja auch nur. Und ich mag gerne, ich liebe es, es zu essen. Ich esse gerne fettiges Zeug. Ich bin ein Fan davon, so richtig. Sie haben auch Ihr letztes Filmprojekt, was Sie da oben, für mich Ihr Serienprojekt, was die Finanzierung gesprengt hat, Beverly Hills 90210 X Generation gedreht, wo Sie auch die Hauptrolle übernommen haben als smarter Surfer in der Hauptrolle. Wissen Sie, woran es dann gelegen hat? Ich meine, normalerweise kennt man Sie ja als sehr erfolgreich und alles, was Sie anfassen, praktisch wird zu Gold. Ich habe lange, ich meine, wenn Ihnen als Regisseur oder sonst als Produzent, als Filmmacher irgendwie mal so ein Projekt, dass das dann scheitert, dann haben Sie so eine gewisse, ja, dann spielen Sie schon so eine gewisse Leer erstmal. Und ich habe auch lange überlegt, warum das passieren konnte, ganz im Ernst. Lange war ich dann beschäftigt und dachte mir, John, was hast du falsch gemacht, wo hast du den falschen Schritt unternommen? Und ich dachte, ich kann mir im Nachhinein nur sagen, ich glaube, ich bin einfach zu sehr von meiner Linie abgewicht. Ja. Ja, ich habe mich als Schlagersänger probiert. Ja. Mit meiner Co-Produktion zum Beispiel mit unserem ehemaligen Art Impact Mitglied auf Air Mali. Ja. Harte Leidenschaft. Was ja auch eigentlich ein unglaublicher Erfolg war. Ich glaube, wir haben einfach mit diesem Lied die Messlatte zu hoch gelegt. Wenn Mortimer Pfaff jetzt auf Sie zukommen würde, wie würden Sie dann reagieren? Wahrscheinlich genau so. Ich würde erstmal schweigen. Ich würde erstmal schweigen und dann würde ich reden. Ja. Ich glaube, ja, ich glaube, das würde ich machen. Schweigen und reden. Kurz nacheinander. Ne? Hm. Okay. Nach drei Jahren schließlich nahmen John Issel und Mortimer Pfaff wieder Kontakt auf. Die gemeinsame Wohnung in Wuppertal wurde wieder bezogen und gemeinsame Filmprojekte gestartet. Das sehen wir euch einfach erstmal vor. Das ist wirklich besser. Wenn wir hier überhaupt ein Problem haben, dann darf ich mich überlegen. Nein, 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 nein. Das ist wirklich außerordinary. Nach der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit folgte 2032 der skandalöse Auftritt bei Oprah. Ja, wir haben jetzt noch unseren nächsten Streifen, der Übermensch, weil wir natürlich auch so eine spezielle Aussage, was, ähm, sagst du einfach gleich? Ja, ne, sagst du einfach gleich? Ja, wir können jetzt sagen, hier ist es das andere Arsch. Ne, sagst du einfach. Ja, okay, wir wollen natürlich, ähm, sagst du einfach, dass wir die weiße Rasse wieder so darstellen wollen, wie es eigentlich auch in unseren Augen ist. Genau, als sie, als die Überrasse eigentlich, ne, als den Übermensch. Ähm, das Ganze natürlich so ein bisschen, ja, es ist ja schon nicht direkt das, wir machen uns natürlich auch gewusst. Ja, du vielleicht, ich. Du vielleicht, sagst du, ja, das ist, das ist der Kummer von meinem Kollegen. Nee, nee, ich bin jetzt 40 und, und, äh, warum soll ich da, wir haben unser ganzes Leben lang nur Humor gemacht. Ja, das ist halt auch eine ernste Sache, aber wir sind ja nicht direkt, ja, okay, du hast ein Erdrecht. Letzten Endes wollen wir das, wir wollen einfach mal so einen Film, der sich einblendet in die Köpfe. Ähm, wir sind laut, laufen natürlich Gefahr, ich meine, aus Cannes wurden wir jetzt schon ausgeschlossen. Cannes 2031 sind wir nicht dabei, aber, äh, damit müssen wir jetzt legen. Und ihr wisst ja, was, was Cannes im Englischen bedeutet, und das heißt Fotzen. Ja, deswegen wollen wir nicht hin, das ist ein Foto, Fotzen. Ich meine, ähm, ich hab keine Hoppen auf die Scheißschule. Nee, peace out. Nach diesem Auftritt meldeten sich viele Persönlichkeiten zu Wort. Ja, am Ende würde ich sagen, dass beide das Filmgeschäft, ähm, also Mortimer Pfaff und John Isil, wie soll ich sagen, verändert haben auf eine Art und Weise, wie sie manche vielleicht, ähm, zu Tränen rühren wird. Und, ähm, sie sind wirklich, ähm, beide absolute Könner in ihrem Gebiet. Was mir ja auch, ähm, stark aufgefallen ist, zum Beispiel, als wir an Der Übermensch zusammengearbeitet haben. Ja, äh, äh, ich glaube, dass, ähm, beide, beide wirklich einiges für den deutschen Film, aber, ähm, vor allem für den, für den gesamten Film auf der ganzen Welt für wirklich jede einzelne Ebene des Films geleistet haben. Ja, ja, ähm, manche sagen ihr nach, dass sie, äh, vielleicht zu viel Spaß reingebracht haben und den sozialen Hintergrund und die Aussage nicht so den Vordergrund gequetscht haben. Ähm, ähm, am Ende muss man sehen, dass beide einfach hervorragende Künstler waren und, ähm, und ich glaube auch, dass ihre Werke nie in Vergessenheit geraten werden. Ich möchte heute Abend, äh, vier Personen danken. Und zwar meiner Frau, meiner Tochter und, äh, zudem zwei deutschen Filmemachern, äh, nämlich John Issel und Mortimer Pfaff. Und ich habe sie hier, äh, in Hollywood kennengelernt, als wir an der Tafel standen und mal wieder kein Nichts zu essen hatten und, ähm, ich lernte sie dort kennen und, äh, wusste sofort, dass es Talente waren. Ähm, ähm, ja, ich bin absolut begeistert von ihnen, von ihren Filmprojekten, die sie, äh, mittlerweile auch in Amerika gestaltet haben. Und, ähm, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlichst bei ihnen bedanken, dass sie auch mich jetzt hier vorne hingebracht haben. Vielen Dank. Nach dem Auftritt bei Oprah nahm sich John Issel und Mortimer Pfaff eine sehr, sehr lange Auszeit. Erst im hohen Alter bekam man sie wieder zu Gesicht, mit diesen exklusiven und sehr, sehr seltenen Aufnahmen privat bei ihnen zu Hause. John, John, wo ist das Toilettenpapier? 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 Im Jahre 2070 entstand John Issels und Mortimer Pfaffs letzter Film, The Old Guys. Im selben Jahr hatten John Issel und Mortimer Pfaff noch einen letzten Auftritt bei Oprah, bei der sie ihren Film vorstellen. Applaus Ich habe jetzt auch schon seit grauener Zeit Lungenkrebs Und wir sind ja an einer gewissen Stelle, weil es ein Mann einfach nicht mehr allzu lange hat Stimmt's halt, ist das auch? Ja Ja, dir sagst du doch was zu deinem Projekt Wir leben jetzt seit über 60 Jahren zusammen Und manchmal schreibe ich es morgens nicht so richtig auf die Toilette Nein, 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 wir reden über unser Projekt Die Old Guys, wir reden über die Old Guys Was? Die Old Guys, Junge Was? Unser Film Ah, das haben wir gelegentlich Da muss man so, wie Old Guys Ach, der Film? Ja, der Film Alles Auf jeden Fall Geht es uns nicht mehr allzu gut Wir wollen mit unserem letzten Projekt eigentlich im Endeffekt nur noch mal sagen Ich habe doch Rückenschmerzen Das ist mir lebt Dauert Wir leben immer noch Dauern Rückenschmerzen Und die Jugend von heute meint Dass man über uns hinwegsehen könnte So Ich meine Richtig doch mal was über den Film Old Guys Old Guys Old Guys Old Guys Wie Old Guys Der Film Der Film Der Film Nein, aber Den, den wir gemacht haben Ich weiß nicht Der Film Can Der Film Wie Old Guys Was? Was? Ich bin alt Was? Ich bin alt Hä hanno Ha Köh 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 Was? Ich bin alt Am 31. Februar 2072 sterben Mortimer Pfaff und Can Issel beim Versuch, Auto zu fahren. Sie hinterlassen eine riesige Fangemeinde und eine Kultgemeinschaft, die bis heute anhält. Es ist immer lustig, aber jetzt finde ich das nicht lustig, aber ich finde, das ist was Besonderes. Es tut mir nochmal leid, dass die beiden nicht mehr in dieser Welt sind. Amen. 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 Amen.